In Richtung Süßen, oder da legt man den Rest mehr raus? Das ist in der Unterwand drin schon. Wir sind jetzt in der Unterwand drin heute, ja. Das sind die Kohlre, die Kohlre, die sind eigentlich feste Rohre, ne? Das sind feste Rohre, da hinten ist so ein Musch, da los. Sind die ein bisschen flexibler dann auch rein? Die sind flexibler, ja, die sind ja gewaltig. Ah, ja. Das sind die Kohlre, die Kohlre. Das sind die Kohlre, die Kohlre.